herzlich willkommen zu diesem video heute geht es um volkswagen eine problemaktie aus dem deutschen leitindex dax könnte man sagen schlechtes management aus der vergangenheit sinkende absatzzahlen vor allen dingen china und wachsender druck eben vor allen dingen aus china durch neue autohersteller aus china die verstärkt auf den europäischen und deutschen markt dringen und das alles zur unzeit denn jetzt findet die internationale automobil ausstellung in münchen statt und der kurs macht alles andere als ansteigen er fällt und fällt und fällt wie schlimm es wirklich ist schauen wir uns direkt in den charts an das ist der wochen chart diesen überblick benötigen wir weil ich jetzt mal hier zeigen möchte was mit volkswagen insgesamt die letzten jahrzehnte passiert ist volkswagen konnte bis 2015 das sehen wir hier stark ansteigen auch sehr nachhaltig ansteigen ist es sehr schöne impulsstruktur die dieser markt hier diese aktie ausgebaut hat bis zum hoch bei 262 euro allerdings und das ist das große problem befindet sich diese aktie seitdem in einer korrektur die aktie konnte sich seitdem nicht mehr über dieses hoch befreien das sehen wir hier hier war noch mal ein versuch im jahr 2021 auch diese chance diese aktie nicht genutzt und ist seitdem wieder in einem wahnsinnigen abwärts trend das sieht alles andere als sehr gut aus muss man sagen wir haben allerdings jetzt tatsächlich die möglichkeit das haben wir hier berechnet das ist die violette box die ist auch tatsächlich sehr groß geworden das ist der großen korrektur geschuldet die eben schon seit 2015 andauert die aktie hat jetzt tatsächlich die chance in kürze bei etwa 100 euro das ding zu drehen das ist allerdings eine ganz ganz gefährliche angelegenheit vor allen dingen auch deshalb weil die korrektur eben so lange schon dauert und weil der abwärts druck im moment auch sehr groß aussieht deswegen sagen wir ganz klar im moment sollte man die finger von dieser aktie weglassen weil wir hier noch mal die gefahr sehen dass wir noch mal unter die 79 38 fallen das ist ein ganz ganz wichtiger preisbereich hier das ist hier in der in dieser korrektur ein tief gewesen das tiefste tief sozusagen dieser korrektur bisher wir sehen hier aber eindeutig die gefahr dass genau dieses level unterschritten wird und sollte das der fall sein das schauen wir uns hier jetzt noch mal im detail an dann würde diese aktie vom aktuellen kurs mindestens noch mal bis auf 56 euro abstürzen das wären noch mal etwa 50 prozent kursverlust und genau das ist das problem an dieser aktie im moment selbst wenn sie jetzt dreht würden wir abwarten bis hier eine ordentliche impuls struktur nach oben ausgebaut oder eben nicht solche dreiteilige strukturen die alles sehr korrektiv sind das ist es worauf es jetzt zu achten gilt weil wie gesagt wir sehen die gefahr dass die aktie sogar noch bis auf etwa 30 dollar ausverkaufen kann das wäre natürlich dann ein sehr sehr guter boden auf dem die aktie dann wieder gedeihen kann wir gehen nämlich nicht davon aus dass volkswagen jetzt pleite gehen wird in den nächsten jahren wir schauen uns das abschließend hier noch mal ganz kurz an wenn es der aktie jetzt tatsächlich hier gelingen sollte bei etwa 100 euro das ding nach oben zu drehen dann haben wir mal errechnet was dann passieren muss was die was die bewegung betrifft dass ein mindestziel haben wir errechnet und da ist der ausblick tatsächlich nicht ganz schlecht nämlich dann wäre zu erwarten dass volkswagen bis zu unserer roten box bei etwa 524 euro ansteigen kann aber das ist wie gesagt die voraussetzung dass sie jetzt eben bei 100 euro dreht wir sehen hier eindeutig die gefahr dass das wesentlich tiefer erst kommt das ganze thema und die trendwende erst zwischen 56 euro und etwa 30 euro erfolgt und dann kann die aktie wieder richtig anlauf nehmen nach oben wird dann höchstwahrscheinlich auch langfristig etwa 500 euro erreichen aber das ist etwas das ist zukunftsmusik das wird diese aktien nicht in den nächsten monaten auch nicht in den nächsten zwei jahren machen das wird eine sehr lange bewegung sein die dann nach oben kommt aber jetzt geht es ums detail jetzt müssen wir vorsichtig sein dass wir nicht zu früh auf diesen zug aufspringen weil hier sehen wir einfach deutlich die gefahr dass der kurs hier einfach noch mal diesen umweg auf das besagte level da unten benötigt und das gilt es abzuwarten und dann vor allen dingen auch erst mal zu sehen ob eine starke reaktion nach oben erfolgen kann und dann können wir uns über einen einstieg unterhalten vorher nicht wie schon eingangs erwähnt ist der druck aus china vor allem auf die deutschen autohersteller sehr groß speziell natürlich auf volkswagen und genau diese problematik beleuchten wir morgen am sonntag da schauen wir uns chinesische autohersteller näher an schauen uns die aktien von byd neo und li auto an das sind die drei die volkswagen das leben vor allen dingen china immer schwerer machen wenn ihr das video gefallen hat freuen wir uns natürlich über ein like und noch mehr freuen wir uns darüber wenn du unseren kanal abonnierst das ist ein video von liberty stock markets deinem analyse haus aus münchen mein name ist michael kaiser herzlichen dank für die aufmerksamkeit bis zum nächsten mal ciao